B, C, D Was tagtäglich Bewusstes und Unbewusstes heißt, das stimme schon immer und vielleicht insbesondere heutzutage. Keine Innerlichkeiten, sondern technische Standards. Zwischen Wiedels Geist und Freud's Verlustung ist die Erfindung des Stand-Maschinen-Wiedels. Installiert eine negative Bekommensschleife, wie zum Vorbild der technischen und biologischen Feedbacks des 20. und 21. Jahrhunderts. Wie diese Formel einsteigen, diese Formel, H von X, da machen wir mal ein anderes X ein. Das große X steht für das System und H von X steht für den Ballern eines Systems. Und der Grund, also Entropie bedeutet ein Grad und sich in das ganze System. Und hier gibt es Schmiede, Regels. Hier gibt es Böde, aber hier gibt es Böde, aber hier gibt es Böde. Und es gibt nur ein Feld, wie zum Beispiel ein Böde oder so was. Wir haben ein Meer und wir machen eine Rasse über das Meer und wir haben ein Böde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dieses Böde, dieses Böde, wahnsinnig gering. Die anderen Flächen, da sind alle gleich wahrscheinlich. Die anderen Flächen, die wir angeht, Ich denke, ich glaube nicht, dass ich mich nicht überrascht, dass ich mich nicht überrascht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020